Lass uns mal wass. Schau. Ja. Na, Susi. Na? Du musst da noch die Kisten vor uns haben. Ja ja, du musst. Ich wollte dann erstmal nicht früher, dass ich irgendwo stehen kann. Na ja, wir kommen, wenn du rumkommst. Ja. Nein. Ja, alles klar, ich wollte jetzt erstmal ruhig zurück, dass ich gerade stehe und dann...